Wir wissen, dass in Deutschland über 70 Prozent der Menschen die soziale Situation als nicht gerecht empfinden. Dass Menschen, die ökonomische Zukunftsängste haben, eben nicht mehr diesen sozialen Zusammenhalt spüren, weil sie das Gefühl haben, sie profitieren eben nicht mehr von dem Wirtschaftssystem, was wir aufgebaut haben. Und ich glaube, dass das eine wirklich sehr, sehr heikle Situation ist, wenn wir jetzt vor Zeiten großer Transformationen stehen. Das sagt Till Kellerhoff vom Club of Rome. Till Kellerhoff spricht in dieser Gradmesser-Folge darüber, wie die Klimakrise und Ungleichheit auch in Deutschland ganz eng miteinander zusammenhängen und wie eine Steuer für besonderen Reichtum, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt stärken kann. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich wünsche euch viel Spaß. Das Problem kennen wir schon seit Jahren. Die Schere zwischen denjenigen, die Vermögen haben und denjenigen, die gerade mal ihre laufenden Kosten gedeckt kriegen, die wird immer größer. Aber spätestens seit Corona, Energiekrise und Inflation hat sich diese Entwicklung nochmal rasant beschleunigt. Ich merke es inzwischen auch bei jedem Supermarkteinkauf, wie die Preise und meine Gehaltsentwicklung durchaus getrennte Wege gehen. Und wer von euch gerade eine neue Mietwohnung suchen muss, dem wünsche ich erstmal ganz herzliches Beileid und herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen von euch, die Immobilien besitzen und die steigenden Mieten im positiven Sinne zu spüren bekommen. So, und falls ihr euch jetzt fragt, was das hier eigentlich alles mit der Klimakrise zu tun hat und ob ich hier eine Neiddebatte starten möchte, seid beruhigt. Im Gegenteil. Hier geht es heute zum einen darum, was zwei große Krisen, der Klimawandel und die wachsende Ungleichheit, miteinander zu tun haben. Und es geht vor allem um einen gemeinsamen Lösungsweg. Wie der aussehen kann, darüber hat sich Till Kellerhoff intensiv Gedanken gemacht und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Tax the Rich heißt es. Till Kellerhoff ist Ökonom und Politikwissenschaftler und er ist unter anderem Programmdirektor beim Internationalen Club of Rome. Der Club of Rome hat schon vor über 50 Jahren einen wirklich aufsehenerregenden Bericht herausgebracht. Ihr kennt ihn sicher, er heißt Die Grenzen des Wachstums. Und seit dieser Zeit hat der Club of Rome nicht locker gelassen, an der Frage zu forschen, wie wir eine lebenswerte Zukunft sichern können. Till Kellerhoff, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Kellerhoff, was macht Ihnen aktuell die größeren Sorgen? Die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft oder die Klimakrise? Ich glaube, dass die Klimakrise und die globale Ungleichheitskrise sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Und wir natürlich jetzt schon desaströse Auswirkungen der Klimakrise sehen. Wir sehen eine Zunahme von Extremwetterereignissen, wir sehen Dürren, wir sehen Klimamigration. Und gleichzeitig sehen wir, dass es eine Ungleichheitskrise gibt, sowohl global als auch innerhalb von Ländern, die das Potenzial hat, Gesellschaften auseinanderzutreiben und zu polarisieren. Und was wir in einem gemeinsamen Buch, was ich mit einem Co-Autor Jörgen Randers geschrieben habe, Tax the Rich, argumentieren, ist, dass diese Krisen zusammenhängen, dass sich Ungleichheit und Klimakrise nicht voneinander trennen lassen. Und vor allem, dass die nächsten 10, 20 Jahre, die sehr, sehr disruptiv werden, aufgrund der Transformation, die uns bevorsteht, nicht gelingen wird, wenn wir diese Ungleichheitskrise und die sozialen Faktoren nicht ausreichend mit einbeziehen. Also Sie wollen jetzt kein erster Platz, zweiter Platz vergeben, was Ihnen mehr Sorge bereitet. Das geht beides zusammen. Ich glaube, man kann da schwer eine Hierarchie aufstellen, welche jetzt am dramatischsten ist, sondern vor allem darauf hinweisen, dass es eine systemische Ebene gibt, auf der die verbunden sind und es negative Feedback-Loops gibt, die sich gegenseitig verstärken und dadurch katastrophale Auswirkungen haben können. Also so negative Rückwirkungen, Rückkoppelungen, die sich dadurch nochmal verstärken. Sie haben es gerade angesprochen, diese sich stetig entwickelnde Ungleichheit, das ist ein globales Phänomen. Ich würde jetzt gerne auf Deutschland gucken. Und dass sich die Ungleichheit immer mehr verstärkt, das ist ja kein Naturgesetz. Was hat denn an Entscheidungen hier bei uns dazu geführt, dass wir uns jetzt in der heutigen Situation befinden? Genau, es ist kein Naturgesetz und ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Thomas Piketty, der Ökonom, der ganz viel über Ungleichheit geforscht hat, sagt, Ungleichheit ist immer eine politische Entscheidung. Das heißt, wir als Gesellschaften können uns überlegen, welches Maß an Ungleichheit wir als gerechtfertigt ansehen und entsprechende Schalthebel umlegen, um zu diesem Maß zu kommen. Und in Deutschland war es ja tatsächlich so, wie in vielen anderen Industrieländern, dass die Ungleichheit zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg gesunken ist. Es gab einen sehr starken Fokus auf einen starken Sozialstaat. Und dieses Sozialstaatsmodell war bis in die 70er, 80er auch sehr aktiv. Und es gab dann im ökonomischen Bereich eine Wende, die oft als sowas wie eine neoliberale Wende bezeichnet wird, die vor allem auf Liberalisierung von Märkten, auf Deregulierung, aber unter anderem eben auch auf Steuersenkungen fokussiert war. Und wir dadurch sehen, dass es seit dieser Zeit, seitdem dieses neue ökonomische Paradigma Einzug erhalten hat, zu einer größeren Vermögenskonzentration an der Spitze kam und gleichzeitig Menschen gerade an den unteren und mittleren Einkommensbereichen nicht mehr so stark vom Wirtschaftswachstum profitiert haben. Und gleichzeitig vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, dass es ja auch so eine Art Systemwettbewerb gab nach dem Zweiten Weltkrieg, wo westliche Staaten ja auch zeigen mussten, dass Demokratie, Freiheit das attraktivere Lebensmodell ist. Also attraktiver als eben der Kommunismus und der Sozialismus. Genau. Und eben in der Lage ist, für eine breite Masse der Bevölkerung und nicht für eine Elite Prosperität und Fortschritt zu schaffen. Es gibt auch Studien, die darauf hindeuten, dass nach dem Fall der Mauer und nach Ende dieses Systemwettbewerbs sich Mechanismen beschleunigt haben, die eben nicht mehr so viel Rücksicht darauf gelegt haben, profitieren auch die unteren und mittleren Einkommensschichten von unserem ökonomischen System. Also die Idee war dann auch zu sagen, so habe ich sie vorhin auch verstanden, Naja, wir versuchen Wirtschaftswachstum zu generieren, indem wir Unternehmen, vermögende Menschen von bestimmten Regulierungen befreien beziehungsweise auch Steuern senken, damit quasi mehr Geld in diesem System drin ist. Und dann haben wir die Hoffnung, dass dadurch die Wirtschaft wächst und dieser Wohlstand, der dadurch dann entsteht, allen zugute kommt. Das ist doch dieser Trickle-Down-Effekt. Warum klappt der nicht? Der Ausgangspunkt ist ja die Idee, dass quasi dieses frei werdende Kapital in Unternehmen investiert wird, in neue Maschinen, in mehr Menschen, in höhere Produktivitätszuwachse und das dann in diese Realwirtschaft durch bessere Produkte, vielleicht auch grünere Produkte, durch wirtschaftliche Aktivitäten kommt. Aber es gibt eben einen Trend, was oft als sowas wie Finanzialisierung bezeichnet wird, dass viel Kapital an Finanzmärkte fließt, dass viel Kapital als Shareholder-Value gewissen Gruppen zugute kommt, aber nicht mehr, wie man das sich klassisch bei einem schönen Familienunternehmen vorstellt. Wir haben jetzt viel Geld gespart, kaufen davon eine bessere Maschine, dadurch können wir bessere Produkte machen und das ist dann letztendlich vorteilhaft für die Realwirtschaft. Und diese Verschiebung hin zu einer Finanzialisierung hat eben Gewinner und Verlierer. Und wir sehen, dass vor allem Menschen mit Aktienvermögen, Menschen mit viel Kapital zu den Gewinnern gehört haben, während Menschen mit wenig Einkommen und mittleren Einkommen zu den Verlierern gehört haben. Wir wollen ja vor allem über Deutschland reden, aber es ist ja schon interessant, dass global in den letzten Jahren die Vermögen von Milliardären um ein Drittel gestiegen sind, während weltweit 60 Prozent der Menschen ärmer wurden durch die Covid-Krise, durch Inflation und verschiedene andere Faktoren. Das heißt, momentan ist unser Steuerset, unsere Politikmaßnahmen, mit denen wir versuchen, Ungleichheit zu steuern und unser Wirtschaftssystem zu steuern, eher darauf ausgerichtet, dass mehr und mehr Geld, was ja immer eigentlich gemeinsam erwirtschaftet wird, an die Spitze fließt, denn als breite Ausgabe an die Masse. Und jetzt die große Frage, was hat das jetzt mit der Klimakrise zu tun? Ja, die Klimakrise ist natürlich erstmal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber die Klimakrise hat eine Komponente, wo es ganz, ganz stark auch um Verteilung geht. Es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Länder, die mehr zur Klimakrise beitragen und andere Länder und Menschen, die weniger beitragen. Und ich glaube, wir haben häufig darüber diskutiert, dass natürlich Länder wie Deutschland, USA, Großbritannien, Industriestaaten, heute auch China, die Hauptemittenten sind. Aber wir können das auch eine Ebene tiefer ziehen und auf die individuelle Ebene gehen, wo wir sehen, dass global die reichsten 10 Prozent der Menschen für 50 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und alleine das reichste 1 Prozent für 17 Prozent der Treibhausgasemissionen, weil eben aufgrund höherer Einkommen, höheres Kapitals andere Konsumentscheidungen getroffen werden können, andere Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Global habe ich das verstanden, aber wie ist das denn jetzt, wenn wir hier auf Deutschland gucken? Also ich glaube, die große Mehrheit der Deutschen wäre ja global wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr reich. Aber wir haben ja in der Gesellschaft auch Unterschiede. Also können wir diese, ich sage jetzt mal, Klimarechnung, die Sie da aufgemacht haben, können wir die auch für uns aufmachen? Also funktioniert das auch? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Interessante. Es gibt da viele Daten auch in der Gruppe um Piketty in Frankreich. Auch Oxfam hat Studien gemacht, was man als Carbon Inequality, also Kohlenstoffungerechtigkeit, das deutsche Wort ist, nicht so toll bezeichnen kann. Und in allen Gesellschaften, in allen Ländern zeigt sich sehr, sehr klar, dass die unteren 50 Prozent Einkommensbezieher relativ gesehen sehr, sehr wenig zur Klimakrise beitragen und es zu einer Konzentration an der Spitze kommt. Das heißt, auch in Deutschland emittieren die 10 Prozent reichsten Menschen sehr, sehr viel mehr als die untere Hälfte der Bevölkerung und es konzentriert sich an der Spitze. Wer ist denn eigentlich so die 10 Prozent reichsten? Ich kann mir da gar nicht so genau was darunter vorstellen. Ja, Reichtum in Deutschland müssen wir differenzieren zwischen Einkommen und Vermögen. Seitdem in Deutschland die Vermögensteuer 1997 ausgesetzt wurde, wissen wir nicht ganz exakt, wer wie viel Vermögen hat. Was ja auch interessant ist, wir wissen sehr, sehr genau über Hartz-IV-Bezieherinnen oder Hartz-IV-Bezieher, wie viel Geld sie auf welchen Konten haben und ob da noch ein paar Euro mehr sind. Aber bei Milliardenvermögen wissen wir das nicht. In Deutschland ist es so, wir haben um die 300 Milliardäre. Das ist natürlich dann extremes Vermögen, aber man gehört ungefähr bei 800.000 Euro innerhalb der reichten 5 Prozent. 800.000 Euro Vermögen? Vermögen, aber es gibt eben eine Konzentration, die darüber hinaus an der Spitze stattfindet. Aber wie gesagt, interessanterweise, wir haben hier keine genaue Datenverfügbarkeit. Wir können aber grob gesagt sagen, dass ab Millionenvermögen wir über extremen Wohlstand reden können. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ganz genau zu sagen, ab welcher Schwelle man jetzt genau zu den 1, 5 oder 10 Prozent gehört. Aber diese Grenze von einigen hunderttausend bis einer Million ist ein guter Orientierungspunkt, um zu wissen, da ist man auf jeden Fall zwischen den Top 1 und Top 10 Prozent. Und wie verstärkt jetzt der Klimawandel die Ungleichheit? Der Klimawandel ist ja eine massive Transformation, die uns bevorsteht. Und wir massive Investitionen die nächsten Jahre brauchen werden, um unsere Wirtschaft umzustellen, von einer fossil betriebenen Energiewirtschaft in eine erneuerbare Energiewirtschaft. Da ist die Frage, wer diese Kosten zu tragen hat. Und wir eben sehen, dass die Transformation, wenn sie mit den falschen Politikmaßnahmen versucht wird zu machen, vor allem Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen trifft. Ich kann ein Beispiel geben, wenn wir momentan über CO2-Preise und Bepreisung reden als hauptsächlichen Mechanismus, sehen wir, dass Menschen, die einen höheren Anteil ihres Einkommens für Konsumprodukte ausgeben, die von dieser Besteuerung betroffen sind, faktisch einen größeren Anteil ihres Einkommens für diese Transformation ausgeben müssen. Also wenn ich wenig verdiene, dann muss ich von meinem Gehalt insgesamt mehr Geld für Heizen und Benzin ausgeben. Genau, wenn wir sagen, dass die CO2-Bepreisung die Höhe erreicht, damit sie wirklich wirksam ist, gehen wir davon aus, dass in vielen Bereichen Nahrungsmittel, Gas sechs bis achtmal so teurer werden kann, wie es momentan ist. Wenn ich ein sehr hohes Vermögen habe, dann macht mir das nicht so viel aus, ob Benzin 20, 30, 40, 50 Cent teurer ist. Aber wenn ich ein sehr, sehr niedriges Einkommen habe, dann betrifft mich das sehr, sehr stark. Dadurch ist eben die Bekämpfung der Klimakrise nicht vor allem eine Frage der technischen Lösbarkeit, sondern vor allem der sozialen Akzeptanz. Wir können sehen, dass die Klimakrise eben dadurch nicht nur in den Auswirkungen mehr Menschen betrifft, die vor allem arm sind, weil sie sich weniger schützen können, aber wir das spiegelbildlich eben auch sehen, dass wir bei falschen Politikmaßnahmen die Kosten überproportional auf diese Haushalte abwälzen. Und dadurch hängen Ungleichheit und Klimakrise ganz eng miteinander zusammen. Und deshalb wollen Sie eben auch bewusst mit Verweis auf den Klimawandel reiche Menschen stärker in die Verantwortung nehmen. Genau. Es ist eben so, dass wenn wir über Besteuerung beispielsweise reden, es nicht nur eine Gerechtigkeitsdimension gibt, wo man schauen muss, wer profitiert wie viel von unserem Wirtschaftssystem, sondern wir gerade explizit in Bezug auf die Klimakrise sehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark betroffen sein werden. Und dass es darum geht, politisch festzulegen, wer trägt welche Kosten, sowohl der Auswirkungen des Klimawandels als auch der politischen Maßnahmen, um denen gegenzutreten. Und wenn wir das beides zusammennehmen und sehen, dass der Klimawandel nicht verteilungsneutral kommt und alle gleichermaßen trifft, sondern unterschiedliche Menschen einerseits unterschiedliche Verantwortung für den Klimawandel haben, gleichzeitig aber diejenigen, die oft den größten Beitrag dazu geleistet haben, diejenigen sind, die am wenigsten die Auswirkungen davon zu spüren bekommen werden, stellt sich eben diese verteilungspolitische Frage und deswegen gehört Verteilungspolitik und Klimapolitik zusammen. Sie haben es ja schon ein Stück weit angerissen, was wir im Zuge der Transformation alles verändern müssen, also was auch an Infrastruktur sich verändern muss, wie sich tatsächlich auch Preise anders entwickeln für Lebens-, Nahrungsmittel etc. Ich frage jetzt mal ganz naiv, warum kostet die Transformation eigentlich so viel Geld? Eigentlich müsste man ja sagen, wir investieren in unsere Zukunft, um Schlimmeres von der Welt abzuhalten. Die Kosten des Nichtstuns wären langfristig sehr, sehr viel größer als die Kosten, jetzt was zu tun. Aber kurzfristig ist es so, dass die Investitionen, die wir in neue Energiesysteme, in neue Wasserstoffinfrastruktur, in im Prinzip den kompletten Umbau unserer Ökonomie von einer fossilbetriebenen Wirtschaft hin zu einer regenerativen und nachhaltigen Wirtschaft Kosten verursacht, um diese Infrastruktur aufzubauen. Gerade im Energiebereich schwanken Zahlen global von zwei bis vier Prozent der jährlichen Wirtschaftswachstum, die investiert werden muss, um diese Transformation zu stemmen. Und in Deutschland gibt es inzwischen auch einige Studien, die sagen, es bedarf mehr Investitionen um die 70 Milliarden Euro im Jahr, um das zu stemmen. Und ein Problem in dieser Geschichte ist eben, dass das, was getan werden muss, bisweilen nicht so profitabel ist, wie das, was wir nicht mehr wollen. Das heißt übersetzt, ein kompletter Aufbau von einer erneuerbaren Infrastruktur kommt für Firmen mit Mehrkosten einher, als einfach Fossile noch ein bisschen laufen zu lassen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir global nach wie vor sehen, dass hunderte Milliarden nach wie vor in fossile Infrastruktur investiert werden, weil Firmen eben sich davon Profite versprechen. Wir aber sehen, wenn wir das nicht wollen, wenn wir wollen, dass das Geld in Bereiche fließt, die den Klimawandel aufhalten, wir jetzt Investitionen auch von staatlicher Seite leisten müssen, um Geld schnell genug in diese Sektoren fließen zu lassen. Und dadurch kommen eben kurzfristig massiv höhere Kosten auf uns zu, die sich aber mittel- und langfristig auszahlen werden. Sie haben ja vorhin schon den CO2-Preis angesprochen. Warum lassen wir das dann nicht einfach, diese Situation, den Markt regeln? Wir wissen jetzt, das ist schlecht für uns und es hat Kosten, wenn wir CO2 in der Atmosphäre ablagern. Das hat jetzt einen Preis. Und dann müsste doch eigentlich darüber auch die Transformation günstiger werden. Eines der Hauptprobleme in dieser Klimakrise ist, dass unsere Preise für Produkte, für unser Verhalten, für Verkehr, für Heizen bildet nicht die ökologischen Umweltkosten ab, also die Zerstörung unserer Umwelt. Und deswegen ist natürlich das Konzept der CO2-Bepreisung sehr, sehr attraktiv, was man da dann bezeichnet als die Hereinnahme der Kosten für die Umweltzerstörung. Und dann werden die Produkte, die wir nicht mehr wollen, teurer. Und die Produkte, die wir wollen, können sich dadurch angleichen und werden dadurch mehr gekauft. Und ich glaube auch, dass CO2-Bepreisung auch eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen hat. Aber auch CO2-Bepreisung trifft Menschen eben unterschiedlich hart. Das hatten wir vorhin kurz erwähnt, dass Menschen mit geringen Einkommen davon mehr betroffen sind. Und ich wirklich glaube, dass wenn man es nicht schafft, innerhalb dieser Bepreisung einen sozialen Ausgleich zu schaffen, die Bepreisung dazu führen wird, dass der Klimawandel und die Politik gegen den Klimawandel in einer Form politisiert werden kann, auch von populistischen Bewegungen, die sagen, ah guckt, jetzt werden die Produkte hier schon wieder teurer. Die Elitenpolitik will euch irgendwas wegnehmen. Deswegen ist Klimawandel nicht machbar. Wir sehen ja solche Stimmen in leicht abgemühtem. Aber deswegen soll es ja auch das Klimageld geben. Ja, aber wir sehen, dass diese einfache Gleichung, dass gesagt wird, ah, derjenige, der mehr konsumiert, zahlt auch mehr CO2-Steuer, zahlt in den gleichen Topf ein wie derjenige, der weniger konsumiert. Und am Ende wird das Geld dann alle gleich ausbezahlt. Das klingt ja erstmal attraktiv. Aber wir sehen, dass es gerade auch in niedrigen Einkommensgruppen eine sehr große Heterogenität gibt. Das heißt, auch Menschen mit geringem Einkommen beispielsweise, die auf dem Land leben und eine Gasheizung haben, werden sehr, sehr viel mehr in die CO2-Steuer einzahlen, als das ihrem Einkommen entsprechen würde, wenn wir diese Rechnung so aufmachen. Das heißt, die Preisung ohne sozialen Ausgleich wird das Tor öffnen für populistische Bewegungen. Und ich erinnere mich an Bilder von Politikerinnen und Politikern mit Selfies vor Tankstellen, wo gesagt wurde, hier, wir kämpfen dafür, dass der CO2-Preis nicht diese Höhen erreicht, die es eigentlich vorgesehen hat. Es gibt ja auch Diskussionen inzwischen auf europäischer Ebene, wo eine höhere CO2-Bepreisung durch Mechanismen 2026, 2027 kommen soll und es zwischen mehr und mehr Ökonomen gibt, die sagen, sie haben die Befürchtung, dass diese CO2-Bepreisung zum politischen Spielball wird. Im Sinne von, die wollen euch was wegnehmen. Wenn wir drankommen, werden wir das nicht machen. Und dementsprechend die Preisungspfade nicht so implementiert werden können, wie wir das heute wollen. Und deswegen sagen Sie auch, ohne Besteuerung von Vermögen werden wir die Transformation nicht sozialverträglich schaffen. Die Besteuerung von Vermögen hat zwei Dimensionen. Einerseits geht es natürlich um zusätzliche Einnahmen. Andererseits geht es aber auch darum, dass wir sehen, dass zunehmende Ungleichheit in Gesellschaften zu Polarisierung und zu Erstarken von in Deutschland rechtsextremen Bewegungen führt. Das heißt, wir sehen zum Beispiel in Umfragen, dass Menschen, die die AfD wählen, sehr, sehr viel mehr Sorge vor ihrer ökonomischen Zukunft haben. Und Menschen, die ökonomische Unsicherheit haben, eben eher dazu tendieren, diese populistischen Parteien zu wählen. Und daher ist Besteuerung und damit eine Umverteilung erst mal ein Instrument, um soziale Kohärenz darzustellen. Und diese soziale Kohärenz in Zeiten einer Transformation, in Zeiten, wo wir wissen, es wird disruptiv werden. Manche Menschen werden Arbeitsplätze verlieren, manche Regionen werden gewinnen, manche Regionen werden verlieren. Dass wir in diesen Zeiten sehr, sehr stark auf eine soziale Kohärenz angewiesen sind und sehen, dass Ungleichheit einer der maßgeblichen Faktoren ist, diese soziale Kohärenz zu zerstören. Und Besteuerung generell dazu helfen kann, diese Gesellschaften kohärenter zu machen. Übersetze ich das richtig mit sozialer Zusammenhalt? Sozialer Zusammenhalt, genau. Also es geht im Prinzip darum, einer Polarisierung mit entgegenzutreten. Und die Polarisierung, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft anhand so kultureller Trennlinien geführt. Manche Menschen sind für Migration, manche sind dagegen. Manche sind für Gendern, manche sind dagegen. Und das wird oft so getan, als ob das die wesentlichen Trennlinien in der Gesellschaft wären. Wir wissen aber, dass es eine Art materielle Grundlage für diese Sachen gibt. Dass in Deutschland über 70 Prozent der Menschen die soziale Situation als nicht gerecht empfinden. Dass Menschen, die ökonomische Zukunftsängste haben, eben nicht mehr diesen sozialen Zusammenhalt spüren, weil sie das Gefühl haben, sie profitieren eben nicht mehr von dem Wirtschaftssystem, was wir aufgebaut haben. Und ich glaube, dass das eine wirklich sehr, sehr heikle Situation ist, wenn wir jetzt vor Zeiten großer Transformation stehen. Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digital-Abo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Jetzt haben wir einen Finanzminister von der FDP, der heißt Christian Lindner. Und der sagt ganz aktuell, es wird ja jetzt auch wieder über den Haushalt verhandelt und die Steuerschätzung ist auch reingekommen und es zeigt sich, dass der Staat weniger Geld einnimmt. Also Christian Lindner sagt, mehr Geld für Investitionen gibt es von mir schon mal nicht, sondern im Zweifel weniger. Wir müssen sparen. Und außerdem ist ja Deutschland sowieso Höchststeuerland. Da werde ich jetzt den Teufel tun und Steuern erhöhen. Ich finde die Debatte in Deutschland momentan wirklich sehr absurd. Wir wissen, wir haben massive Investitionsrückstände, nicht nur im Bereich von Klima. Unsere Schienen sind kaputt, die Brücken sind kaputt. Wir müssen in Schulgebäude investieren. Wir müssen in stabile Infrastruktur investieren. All das sind hunderte Milliarden Investitionsrückstände, weil Deutschland in den letzten 20 Jahren schon nicht genug geschafft hat, um die notwendigen Transformationen einzuführen, die wir brauchen. Aber momentan wird so getan, als ob wir diesen Mehrbedarf an Investitionen, der uns bevorsteht, bewältigen könnten mit keinen neuen Einnahmen durch Steuern und mit keinen neuen Schulden. Und dieser Dreiklang wird nicht aufgehen. Es wird nicht klappen, dass wir die notwendigen Investitionen in die Klimatransformation bewältigen und gleichzeitig auf die Instrumente, Schulden und Steuereinnahmen verzichten. Aber wenn der Finanzminister sagt, wir sind ein Höchststeuerland, da schwingt er schon mit, dass er einfach nicht mehr machen kann. Naja, aber das stimmt ja nicht. Das ist wieder der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen. Wir sind ein Hochsteuerland nach Belgien in OECD-Staaten, wenn es ums Einkommen geht. Und das merken ja viele Leute auch. Man ist sehr schnell bei über 40 Prozent Besteuerung des Einkommens. Wir sind aber ein absolutes Niedrigsteuerland. Ich finde es auch falsch in der Debatte, immer dieses Hochsteuerland reinzuwerfen, als ob Einkommen der einzig relevante Faktor wäre. Deutschland ist eins der Länder mit den meisten Millionären in der Welt. Deutschland hat eine massive Vermögenskonzentration an der Spitze. In Deutschland besitzen die reichsten 10 Prozent der Menschen über 60 Prozent des Vermögens und es reicht ein Prozent alleine über ein Drittel. Das heißt, wir sind nicht nur Geringsteuerland, wenn es um Vermögen geht, sondern gleichzeitig an der Spitze, wenn es um Vermögenungleichheit geht. Und es ist unehrlich, diese Debatte nicht so zu führen. Zumal, wenn wir sehen, wenn wir jetzt bei Christian Lindner waren, wo man sagt, dass sich ja Leistung wieder lohnen soll und Menschen selber sich Reichtum auch erarbeiten sollen und wir sehen, dass aber über 60 Prozent des Vermögens vererbt und nicht erarbeitet wird, würde ich ja eigentlich denken, dass auch eine FDP ein hohes Interesse an einer entsprechenden Besteuerung von Vermögen oder Erbschaften haben sollte. Gerade bei der Erbschaftssteuer wird ja dann aber auch oft argumentiert, also wenn es um große Vermögen geht, auch um Unternehmen, die vererbt werden, dass dann eine starke Besteuerung wiederum dazu führt, dass zum Beispiel Geld für wichtige Investitionen fehlt. Und das wäre ja dann, wir haben gerade über die Transformation, die Umstrukturierung auch gesprochen, die notwendig ist, das wäre ja dann quasi auch wieder ein Problem, oder? Oder wie kann man das umgehen? Ja, ich glaube, bei der Erbschaftsbesteuerung sind relativ viele Mythen im Spiel, mit denen wir konfrontiert sind. Deutschland hat ja auf dem Papier eigentlich eine recht progressive Erbschaftsbesteuerung, wo höhere Weitergaben von Schenkungen oder Erbschaften höher besteuert werden als niedrige. Aber wir durch massive Schlupflöcher in der Situation sind, in der Hochvermögende gerade kaum Steuern zahlen, vor allem wenn Betriebsvermögen weiter vererbt wird. Eine Argumentation dafür ist natürlich immer, dass wenn man Unternehmen höher besteuert, dann könnten sie weniger investieren und das würde letztendlich wirtschaftlich schädlich sein. Das ist empirisch nicht nachzuweisen. Es gibt keine Betriebe, die aufgrund irgendwelcher Besteuerungen beispielsweise pleite gegangen sind. Das ist ja noch immer eine Argumentationslinie, die reinkommt. Aber wir sehen ja, es gibt ja politische Ausgestaltungsmöglichkeiten, um das zu verhindern. Also wenn wir sagen, ein Vorschlag beispielsweise ist, eine gewisse Freigrenze einzuführen, das können 500.000 sein oder eine Million. und nach dieser Freigrenze eine Basissteuer von sagen wir 15 Prozent auf alle Erbschaften und Schenkungen einzuführen, ohne Ausnahmen, da auch Betriebsvermögen mit einzubeziehen, aber diese Rückzahlung über 30 Jahre beispielsweise gestundet werden kann. Dann sind wir letztendlich durch diese regelmäßigen Rückzahlungen von Betriebserben auch nicht in einer anderen Situation als ein Start-up, das sich einen Kredit aufnimmt und das über 30 Jahre zurückzahlt und der auch in der Lage ist, Investitionen zu leisten. Wir sehen ja auch in anderen Ländern, dass es funktioniert. Wir haben in Südkorea gerade gesehen, dass die Erben von Samsung Dutzende Milliarden Euro Erbschaftssteuer zahlen mussten, die dafür sogar Aktien verkauft haben, um diese Bezahlung zu leisten. Gerade bei der Erbschaftssteuer ist es ja auch so, dass viele Menschen dann an das kleine Häuschen ihrer Oma denken oder die Schmuckkartusche, die sie geerbt haben und dabei aber außer Acht gelassen wird, dass es wirklich um Millionenvermögen geht, das heute bisweilen unversteuert ist in Deutschland. Wir hatten den großen Fall, wo Friede Springer vom Axel Springer Verlag Matthias Döpfner eine Milliarde in Form von Aktienvermögen geschenkt hat und dafür wohl keine Steuern angefallen sind aufgrund von diesen vielen Ausnahmen, die wir in Deutschland haben. Und da an solchen Stellen kann man ja wirklich nicht mehr mit Schonung von Betriebsvermögen argumentieren. Ja, oder man könnte aber auch bei einer Vermögensteuer, also ich bin jetzt bei der Vermögensteuer, nicht bei der Erbschaftssteuer sagen, gut, dann gehen die Menschen einfach ins Ausland, wo sie weniger Steuern zahlen müssen. Ja, es gibt natürlich Steuerflüchtlinge und das Problem muss man auch nicht kleinreden und man muss sehr aufpassen, welche Mechanismen man einsetzt, damit Kapital eben nicht sofort wegfließt aus dem Land. Wir haben beispielsweise Norwegen gesehen, als dort die Vermögenssteuer erhöht wurde, dass es tatsächlich zu einem Abfluss von Kapital gerade in die Schweiz kam und die norwegische Regierung dagegen angegangen ist mit so einer Art Wegzugsbesteuerung, dass Vermögen eben nicht automatisch einfach das Land verlassen kann, sondern auch da Besteuerung anfallen. Das heißt, es gibt da auch politische Mechanismen, dagegen zu handeln. Aber natürlich ist Kapital fluide und scheu und deswegen ist bei Vermögensbesteuerung die Idealform internationale Koordinierung und wir sehen momentan auf internationaler Ebene Vorstöße des brasilianischen Finanzministers, der sagt, dass wenn wir Milliardenvermögen auf der Welt besteuern, das heißt, die Top 3000 Milliardäre, die wir auf der Welt haben, mit einer 2%-Besteuerung erheben, würde das im Jahr 250 Milliarden Euro einbringen und das international koordiniert. Das heißt, auch innerhalb der Europäischen Union könnte man Maßnahmen schaffen, um eine Koordinierung anzustreben und es dadurch unattraktiver zu machen, dass Geld von einem Land ins andere fließt. Und als kleiner Zusatz aber auch noch, es ist ja nicht so, dass die Besteuerung das einzige Kriterium wäre, für Unternehmen in ein Land zu gehen oder nicht. In Deutschland profitieren Unternehmen ja auch sehr gut von gut ausgebildeten Arbeitskräften, von einem stabilen ökonomischen System, von guten Bildungseinrichtungen oder von geringer Korruption im Land. Aber nach Ihren Überlegungen, wer sollte denn, wenn wir denn eine Reichensteuer in Deutschland hätten, wer sollte sie denn zahlen und wie viel Geld würde sie einbringen? Also es gibt verschiedene Schätzungen und verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also wir haben beispielsweise bei der Vermögensbesteuerung einen Vorschlag, ab einer Million Euro Vermögen, ausgenommen selbstgenutztes Wohneigentum, was erhoben werden kann ab einer Steuer von 2%. Also es gibt für die Europäische Union von Oxfam diese Schätzungen, dass jedes Jahr 280 Milliarden Euro eingeführt werden können, wenn man eine Steuer von 2% ab einem Einkommen von 5 Millionen Euro erhebt, europäisch koordiniert. Dafür würden für Deutschland dann ungefähr 80 Milliarden Euro einfallen. Uns geht es darum, natürlich diesen Möglichkeitsraum ein bisschen zu öffnen. Diese konkrete Ausgestaltung ist, glaube ich, eine politische Aushandlung. Und ich glaube, es ist letztendlich auch nicht so wichtig, ob das ab 1 oder 2 Millionen gilt oder ob der Einstiegssatz 2% oder 2,5% ist. Aber es gibt eben diese Kategorien, dass man sagt, ungefähr ab dieser Höhe, progressiv gesteigert, dass Einnahmen von 70 bis 90 Milliarden Euro einbringen könnte. Dabei ausgenommen, selbstgenutztes Wohneigentum oder teilweise ausgenommen, die Altersvorsorge, die natürlich davon auch nicht angegriffen werden soll. Also 70 Milliarden, das wäre ja mehr als, was jetzt im November durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Klima- und Transformationsvoraus geflogen ist. Also durchaus ein wichtiger Beitrag zur Transformation. Sie haben es gerade schon gesagt, also es gibt ja durchaus Zustimmung und ich mache das noch ein bisschen konkreter. Also es gibt eine Statista-Umfrage und laut der sagen 73% der Deutschen, dass sie sich eben eine Art Reichensteuer vorstellen können ab einem Vermögen von einer Million Euro mit den entsprechenden Bedingungen, wie sie es gerade genannt haben. Ja, aber es wollen viele Leute, sie können es sich vorstellen, es passiert aber nichts. Woran liegt das? Ich glaube, dass es in Deutschland einerseits wie auch global einen ökonomischen Diskurs gab, eine Art von Liberalismus, der Vermögensbesteuerung aus dem politischen Diskurs lange ausgekoppelt hat. Ich meine, diese 90er, 2000er, wo auch in Deutschland dann die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, wurde ja auch immer mit Verweis auf, das entfaltet die Wirtschaftsproduktivität und davon profitieren letztendlich alle ausgeklammert. Und es dadurch auch sehr, sehr starke Parteien und Lobbyinteressen in Deutschland gibt, die sich gegen eine solche Besteuerung einsetzen würden. Wir haben in Deutschland auch die Situation, dass wir tatsächlich sehr, sehr starke Lobby-Einflüsse haben auf dieses Thema. Stiftung Familienunternehmen als ein Beispiel, die mit sehr, sehr viel Macht, Kapital und Geld versuchen, jegliche Änderungen dahin zu verhindern. In der momentan spezifischen Situation in Deutschland ist es ja so, dass einige Parteien das auch in ihren Programmen haben. Ich glaube, dass sowohl Grüne und SPD momentan tendenziell eine Offenheit demgegenüber haben, aber in der momentanen Koalition keine Möglichkeiten sehen, weil das eine absolut rote Linie für die FDP ist. Und ich aber tatsächlich glaube, dass sich der Diskurs dahin ändern wird und momentan schon am ändern ist. Es hat aber auch manchmal so einen Beigeschmack. Also ich habe es ganz am Anfang gesagt, oft kommt das dann so ein bisschen so an, als würde man eine Neiddebatte führen. Es geht überhaupt nicht um eine Neiddebatte. Es geht darum, dass wir eine systemische Krise haben von überlappender Ungleichheit und von Klimakrise. Und ein Mechanismus, um dem entgegenzusteuern, um gesellschaftliche Kohärenz zu wahren, um gegen die Klimakrise anzugehen, ist eine höhere Besteuerung von Vermögen, wovon ja letztendlich nicht nur Menschen am unteren Einkommensbereich profitieren, sondern auch reiche Menschen selbst, die in stabileren politischen Situationen leben. Und dementsprechend ist die Forderung nach Vermögensbesteuerung kein individuelles Schuldzuschreibung, sondern mehr eine Frage der gesellschaftlichen Aushandlung. Wer soll wie viel von unseren gemeinsamen wirtschaftlichen Aktivitäten profitieren? Und wie kommen wir durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte als geschlossene Gesellschaft und unter Auftreibung der entsprechenden finanziellen Mitteln? Und es gibt ja interessanterweise in dem Kontext sogar inzwischen mehr und mehr Initiativen von reichen Menschen, die sagen, besteuert uns. Es gibt diese Initiative Tax Me Now in Europa. Es gibt diese Initiative Patriotic Millionaires in den USA. Und das sind viele reiche Menschen, die sagen, wir wissen, dass unser Vermögen entstanden ist aufgrund von kollektiven Anstrengungen, von Arbeiterinnen und Arbeit, die dazu beigetragen haben, von guter Infrastruktur und guten Bildungssystemen in den entsprechenden Ländern. Und wir davon übermäßig profitiert haben und es aber ein Gerechtigkeitsargument ist, da auch wieder was zurückzugeben und daher kein Neid, sondern Systemdebatte. Das sind ja aber eher weniger Menschen, weniger Wohlhabende, die sagen, besteuert mich jetzt. Wie kriegt man denn diese Akzeptanz denn aber hin, eben von diesen Menschen, die betroffen sind? Wie kriegt man die Wohlhabenden dazu, wie überzeugt man sie auch davon, von ihrem Reichtum abzugeben? Interessant in dem Kontext ist vielleicht das Beispiel des Lastenausgleichs 1952 in Deutschland, wo es ja wirklich eine massive Umverteilung gab von bis zu 50 Prozent Vermögen, das reiche Menschen abgegeben haben. Es ist damals gelungen, erstens eine konservative Regierung unter Adenauer hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass es um eine faire Verteilung und ein Gerechtigkeitsverständnis gesamtgesellschaftlich geht und dadurch so eine Art Diskursraum geöffnet, um zu sagen, wir sind mit katastrophalen Nachwirkungen dieses Krieges beschäftigt und wir müssen hier als Gesellschaft zusammen durch. Dieser Diskursraum kann aber nicht geöffnet werden, wenn wir so tun, als ob Klimakrise und die nächsten Herausforderungen der nächsten Jahre einfach nur so ein bisschen weiter vor sich hin plätschern, obwohl die Menschen ja die Auswirkungen heute schon an dem Geldbeutel spüren. Das heißt, ich glaube, wenn wir explizit machen, dass die nächsten Jahre disruptiv werden, werden, dass es Verteilungskonflikte gibt und dass die Klimakrise mit den sozialen Krisen zusammenhängt und dadurch gesamtgesellschaftlich überlegen, wer soll jetzt wie viel dazu beitragen und nicht so tun, als ob das einfach irgendwie durch Politik schon mitkommt und es so eine Art Determinismus darin gibt, dass es keine politische Handlungsmacht gäbe, um auszugleichen, wer jetzt wie viel davon bezahlt. Glaube ich, dass es auch viele reiche Menschen gäbe, die sich eher darauf einlassen könnten, weil es gesamtgesellschaftlich vorteilhaft sein würde. Letztendlich hat es auch was mit politischer Handlungsmacht zu tun, dieses Thema ernst zu nehmen, sagen, wir können hier was verändern, versuchen, diesen Diskursraum zu öffnen und so viele Leute mitzunehmen wie möglich, aber vor allem auch darauf zu achten, dass unser größtes Spaltungspotenzial in der Gesellschaft momentan nicht darin besteht, dass reiche Menschen gegen solche Reformen sturmlaufen werden, sondern dass gerade Menschen an unterer und mittlerer Einkommensskala sich extremistischen Parteien zuwenden und dadurch das gesellschaftliche Klima vergiften. Haben Sie denn schon mal mit so richtigen Superreichen über diesen Zusammenhang zwischen wachsender Ungleichheit und Klimakrise gesprochen? Ja, wir sind bei meiner Arbeit beim Club of Rome in Kontakt mit diesen Gruppen von Millionären, die sich für eine höhere Besteuerung einsetzen. Wir sind auch in Kontakt mit anderen wohlhabenden Menschen, um diese Themen zu diskutieren. Aber auch mal mit jemandem, der noch nicht sich selber schon quasi committed hat und sagt, ich möchte jetzt was tun, sondern ich weiß nicht, mit Susanne Quandt von BMW Gespräch geführt. Würde ich sehr gerne machen, hatte ich bis jetzt noch nicht. Man ist natürlich auch immer dann ein bisschen in einer Bubble drin und redet natürlich auch viel mit Menschen, die sich in diesen Themen ohnehin beschäftigen, aber für jegliche Diskussionen offen. Und es ist natürlich ein Diskurs, der über mehrere Jahre stattfinden wird jetzt. Und ich dann schauen wir mal was passiert. Herr Kellerhoff, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Till Kellerhoff war das. Was denkt ihr? Braucht es eine Vermögensteuer oder ist es ein kompletter Holzweg? Auf Spotify habe ich dazu eine Umfrage eingestellt. Macht mit. Und ich freue mich außerdem über Mails von euch. Schickt sie gerne an gradmesser at tagesspiegel.de Und für dieses Mal war es das mit dem Gradmesser. Die nächste Folge könnt ihr schon am kommenden Freitag, am 31. Mai hören. Da schauen wir auf die anstehende Europawahl. Die ist nämlich für das Klima ausgesprochen wichtig, weil nichts weniger als der Green Deal mit zur Wahl steht. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch eine Runde Berlin, den Interview-Podcast vom Tagesspiegel. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und ich fahre jeden Monat mit Gästen wie Sven Regener, Caroline Herfurt oder Kurt Krömer mit der Ringbahn. Zwischen Betriebsstörungen und Kontrolleuren spreche ich mit ihnen über alles, was sie und Berlin gerade bewegt. Steigt gerne ein, eine Runde Berlin jetzt auf allen Plattformen oder unter tagesspiegel.de slash Podcasts. Who H H H Bis zum nächsten Mal.